Norddeutscher Rundfunk 2021 Schauen wir uns mal an, wie das so insgesamt aussieht. Dann kommt ja schon wieder der Nächste. Und ich hab ja keine GoPro rausgestellt. Ich weiß nicht, wer es gestern war, der von einem Elefant im Raum sprach, auf den er sich konzentrieren müsse. Also ich weiß nicht. Wenn das hier kein Elefant ist. Der Kondensstreifen steht immer noch da und wird immer noch breiter und vergeht einfach nicht. Ich fürchte, auch dieser wird nicht vergehen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin ja nicht wahr. Aber hier ist der Nächste. Ich habe es mi-